Über 80 Prozent der deutschen Smartphone-User verwenden einen Messaging-Dienst wie zum Beispiel WhatsApp. Der Austausch von Daten ist schnell, einfach und bequem. Auch im dienstlichen Kontext werden diese Dienste gern genutzt. Doch hierbei stoßen wir auf ein bereits existierendes und rechtlich ernstzunehmendes Problem. Nicht nur, dass möglicherweise sensible Daten über nicht europäische Server fließen und dort ohne Kontrolle der betroffenen Behörde gespeichert werden. Vor allem die gesetzlichen Bestimmungen zum europäischen Datenschutz laut EU-Datenschutz-Grundverordnung werden bei gewerblicher Instant-Messenger-Nutzung nicht beachtet. Doch für die sichere Alternative hat Dataport jetzt gesorgt. D-Messenger verbindet die Vorteile klassischer Messaging-Lösungen mit der Sicherheit eines datenschutzkonformen Betriebs im hochsicheren Rechenzentrum von Dataport. Komfort-Merkmale wie Umfragen, die Notruffunktion oder die optional realisierbare Anbindung an Ihre Fachverfahren runden das Leistungsspektrum ab. D-Messenger sorgt für eine effiziente Kommunikation. E-Mail-Verkehr und Meetings werden deutlich reduziert. Das steigert die Produktivität Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der Chatbot-Schnittstelle steht Ihnen optional ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Lassen Sie Ihren Außendienst mittels Chatbot Abfragen Ihren Fachverfahren durchführen oder erste Daten für die Vorgangsbearbeitung übermitteln. Die Sicherheitsbehörden nutzen diese Möglichkeiten bereits für die schnelle Vor-Ort-Unterstützung Ihrer Teams. Zum Beispiel Kfz-Halterabfragen oder das Übermitteln von Kfz-Rettungskarten sind nahezu in Echtzeit möglich. Ihre Vorteile mit dem Messenger. DSGVO und grundschutzkonformer Betrieb im Dataport-Rechenzentrum. Full-Service inklusive aller Updates und Upgrades. Flexible Gruppen- und Nutzerverwaltung inklusive AD-Import-Export. Für jeden User bis zu drei Clients. Mobile, Web und Desktop. Sonderfunktionen wie Umfragen und Alarmierung. Optional Anbindung an Fachverfahren durch Bots. D-Messenger optimiert Ihre Kommunikation. Fordern Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin unter www.dataport.de an. D-Messenger von Dataport. Kommen auch Sie auf die sichere Seite.